Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Repetition, das ist jetzt Part 63 und zwar dieser Part ist, damit ich das nicht allzu lang strecke, eine verschnellerte Form des Pokémon Fangs oder Zusammenschnitt, ich weiß es noch nicht genau wie ich es machen werde, jedoch werde ich jetzt eine Liste, die ich hier habe, abarbeiten, vielleicht nicht alles, Safari Zone vielleicht nicht, mal schauen wie das ablaufen wird, aber, soweit versuche ich das abzuarbeiten und dann wird Part 64 am 29. April glaube ich, um 20 Uhr ungespeed und wieder weiter gehen, ich wünsche euch so lange viel Spaß und bis zum nächsten Kommentar. Bis zum nächsten Mal, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020